Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Du bist mir noch was schuldig. Am Abend des 18. Dann liefere ich dir so viele Stars, wie du brauchst. Aber heute übernimmt ein anderer das Kommando. Ja. Komm ja nicht auf die Idee, die Telefonzelle zu verlassen. Sie sind falsch verbunden. Ich ziele gerade auf dich. Spürst du das? Stu? Woher kennen Sie meinen Namen? Wer sind Sie? Jemand, dem es Spaß macht, dich zu beobachten. Ich habe ein Kaliber .30 PSG mit taktischem Zielfernrohr. Sie meinen sowas wie ein Gewehr? Bei dieser Entfernung hätte die Austrittswunde etwa die Größe einer Mandarine. Sie blöffen doch. Hier ist dann mit einer kleinen Kostprobe. Oh mein Gott. Sie haben ihn erschossen. Sieh dir die vielen Leute an. Sie haben ihn erschossen. Das war ich nicht. Wieso gerade ich? Was habe ich denn getan? Wenn du das fragst, bist du nicht bereit für die Antwort. Maschen! Legen Sie die Waffe weg und nehmen Sie die Hände hoch! Welche Waffe denn? Hier ist doch keine! Ich will sehen, wie Sie Ihre Waffe wegwerfen! Ich habe auf niemanden geschossen. Ich will nur Ihre Version haben. Wenn du es ihm sagst, bringe ich dich um. Ich kann dazu nichts sagen. Du bist in dieser Lage, weil du nicht die Wahrheit sagst. Ich bin in dieser Lage, weil Sie eine Waffe haben. Na komm, hast du noch nicht kapiert, wie das hier läuft? Du musst deine Sünden beichten, Stewie. Pam, leg auf, bitte! Stew war nicht ganz aufrichtig zu dir. Seine Frau sieht sehr verärgert aus. Er hat gesagt, er wäre nicht verheiratet. Lassen Sie sie in Ruhe! Ihre Frau ist hier bei mir! Das ist ja aufregend. Du darfst zwischen den beiden wählen. Kelly, Pam, Pam, Pam! Hol sie aus der Schusslinie! Die Männer sind in Position. Ich gebe ihr die Befehle. Wir finden doch bestimmt eine Lösung. Jetzt geht es um Leben oder Tod. Eins, zwei, und wieder aus! Wenn Sie telefonieren möchten, legen Sie bitte auf und versuchen Sie es immer.